Herzlich Willkommen und zurück zu 4.2. Wir werden hier weitermachen im Abschnitt 5, Provokation. Die schon wieder. Ach du Scheiße, was war das denn? Krasse Scheiße. Meine Güte. Oh. Ach du Scheiße. Oh. 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 Wir kriegen hier ja schon alle. Ok, der hat schon viele abgeseilt. Shit. Hm. Ok. 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 Ah, hier wird überall scharfen Schossen. Ah, diese Schweine. Da haben sie mich wieder erwischt. Gibt's da nicht. Okay, nochmal. So. Da, weiß er, der Stall! Der Stall! Oh nein! Bumm! Koppel, wir haben alle! Ah, sehr schön! Ich brauche Hilfe! 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 Ahaha! Scheiße! Ab durch die Küche? Ich brauche Hilfe! Können wir zu mehr! Scheint vorbei zu sein! Geh und rückgarten! Gut, dann gehen wir zusammen! Auf drei, ja? Eins, zwei, drei! Wissen wir eigentlich alle haben jetzt, ne? Wissen wir eigentlich alle haben jetzt, ne? Hm! Hm! Okay, jetzt weiter... Alle zurück zur Verwaltung! Turner! Feldman! Statusbericht! Kein Mups! Verdammt! Was ist da draußen so los?! Turner! Wenn ihr mich hört! Schwingt euren Arsch in die Verwaltung! Wir brauchen euch! So, hier haben wir noch mal ein bisschen Lesestoff! Wie gesagt, bitte Pause drücken und angucken! Hübsch hier! Schön kalt! So! So! Oh! Ah, so eine Art Geist! Oder was er tut! Ja! F Uhr! Not, ganz gut! Eine Art Geist! Wissen wir auch was da richtig! Ah, wir sollen uns da heute schon. Oh, jeee! was haben sie denn mit denen gemacht ach du scheiße ich habe mich mit denen auf die Neue und mir geht es ich habe mich mit denen hmm hmm äh Alter zu spät, da kommt man nicht durch Ah, da haben wir. ja mal okay die tipps da nicht so mal mal nicht ausmachen ja immer jetzt lang rechts links da haben wir noch mit cool sichere weste ist voll mit der gut aus sehr schön mini pack haben wir noch bekommen ja 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 das dreck sa ok die hatten wir auch erledigt dafür ist unsere weste komplett umgebracht wir haben noch ein bisschen lesestoff bitte wieder pause drücken wer lesen möchte ok weiter geht's weiter geht's wie dann und und ok ja kann man auch lächeln unser hauptmissionsziel ist dass wir in den qualitätsraum kommen ja wir haben ein bisschen lesestoff ok noch mal ein bisschen lesestoff was haben wir hier drin sanitätskasten haben wir schon voll aber vielleicht kann man ja noch mal gebrauchen schauen wir mal gleich moment ich muss erstmal da hinten gucken wo der lang gerannt ist ach da kann man nicht erinnern haben wir die karte nicht ja 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 Ah, Mann. Okay. Munition. Ich vermute mal, dass wir da lang müssen. Nee. Der hier war da richtig. Hm. Dort durchs Fenster oder wie? Ja. Da haben wir nichts. Da haben wir ja mal den Faschelwehr benutzen. So. Boah. Ich dachte, dass die Rüstung ist. Okay. Servier Munition ohne Ende. Bedeutet wie ein Stütte. Oh, er hat auch ordentlich. Überall Kugel-Einschläge hier. Scheiße, ey. Ich muss auf den Seite auslegen. So. So. Hm, ich denke mal da hinten geht's weiter, aber hier waren wir noch nicht drin. Doch hier waren wir schon drin. Okay. Ah, hier haben wir die Karte, aber... Ach du Scheiße, der ist schon wer. Hier haben wir noch ein bisschen Lesestoff, bitte wieder Pause drücken. Okay. Und hier haben wir gleich nochmal was. Gut. Okay. 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 geometry, also scream. Okay. 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 Du kleine Mistmade. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich weiß nicht, wo die Karte war. Die Kette ist voll. Ich weiß nicht, wo die Karte war. 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 Okay. 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 Ich weiß nicht, wo die Karte war. 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 Manu, Sektor 3 ist abgesperrt. Ich will keine Diskussion darüber haben. Geben Sie mir die Einstellungsdaten. Die Daten sind kurz los. Es wird nichts klappen. Es kürzen Sie. Sehen Sie nicht, worum es geht? Schauen Sie sich doch mal da draußen um. Man kann Sie nicht komponieren. Ihre Kraft wächst immer weiter. Es wird nur schlimmer. Das müssen wir riskieren. Es gibt keine Wahl. Es gibt eine Möglichkeit. Das sage ich Ihnen noch die ganze Zeit. Geben Sie mir die verdammten Einstellungen. Gut, Mist. Nehmen Sie sie. Sie werden mir noch danken. Dann sind Sie aber traut. Ich habe vertraut, dass Sie der Tod sind. Oh, mein. Hier ist Snakefist. Vereilen Sie sich etwas. Die arme Camp-Typen sind fast da. Genevieve hat die Tür verriegelt, aber Sie schweißen Sie durch. Ich komme nicht ins System und kann nicht helfen. Suchen Sie ein Terminal, um die Blockade aufzuheben. Das Passwort lautet, ähm, Snakefist. Das ist ja echt witzelös. Snakefist heißt das Passwort. Ich lache mich tot. Okay, der Wetter. Gut. Ich habe noch ein bisschen Lesestoff. Bitte wieder Pause drücken, wer es lesen möchte. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, wobei wir hier langen müssen. Ah, okay. Leben und Anzeige ist voll. Minipacks auch voll. Schön. Gut gebrochen. Wir benutzen die schon alle. Okay. Boah, was schießt denn der? Sau, Alter. Oh, gibts doch nicht. Ja. Okay. Hä? 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 Ein großes Boxhorn. Haben Sie gerade dieses Zugangsterminal geknackt? Jawohl, ja. Die Kamillerie ist da. mixedlinie ist da. Okay. Was ist das? Den letzten kriegen wir auch noch, wo ist er? So, da haben wir sie. Okay. Werden wir wohl nicht brauchen. Na, Munition einsammeln hier. Munition ist immer wichtig. So. Ne, Kamerasa. Ah, da ist der Kreis ja. Wollen wir ja nicht. Okay. Das ist wie so ne Isolationskamera oder so. Warten, Sektor 4 ist abgesperrt. Ey. Ich hab nicht mal geschafft, ihn zu erschießen hier. Gibt's da ja nicht. Absolut heftig. Aber wir kriegen's schon nach hinten. So, hundert, ne, 410 Schuss haben wir noch. Warten, Sektor 4 ist abgesperrt. Drei, Mist, male. So. Wer haben sie? Sektor 4 ist abgesperrt. Okay. Halt. Mal. So. Mal. Aber. So. 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 Wart. Toll, jetzt bin ich hier unten für nichts, oder wie? Na, sieht doch noch aus. Also wieder hoch. Na, komm doch mal durch, Dein. Hübsch sieht sie aus. Was ist da eigentlich schon? Na, wir kommen in uns vor allem. So. Oh, tatsächlich nicht wieder. Das ist gut, dass das Kugel sichert Glas ist. Das ist schon mal gut. Power on, off. So. Na, hier ist es wieder an. Ach du Scheiße, was ist hier passiert? Na, wieder alle zerrissen hier. Was ich noch sagen wollte, Vorsicht im Zellentrack. Geneviève hat die Zellen geöffnet, um Zeit zu gewinnen. Die Exemplare sind sehr gefährlich. Hm. Krass. Oh ja, wir haben ein bisschen Lesestoff. Wer lesen möchte. Okay. Oh je, war dran sein mit denen, aber. Faut halt nicht mehr. Gut aus. So. Jetzt hier weiter. Ja. Shit. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich schweine, Alter. Ich schweine. Oh, Mann. Ich schweine. Oh. Was ist das? Ich schweine. Ich schweine, Alter. Das war's. Das war's. Ey, gibt's da nicht. Ey, ich hab so einen Hütenlauf gehabt. Ah, nochmal. Alter, die Schnabel. Ja, ich hab so einen Hütenlauf gehabt. Ja, ich hab so einen Hütenlauf gehabt. Ey, das ist doch hier nicht wahr. Ja, ich hab so einen Hütenlauf gehabt. 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 Okay, wir machen hier Part Ende und sehen uns wieder am nächsten. Bis dahin. Ciao.